Meine kleine Schnurrlili, das ist meine Katze, wie ihr ja schon wisst. Ja, ich hab mir jetzt gerade die Spitzen gefärbt, also meine Spitzen, meine Haare, meine blonden Haare, ähm, rote Spitzen. Und jetzt warte ich mit meiner Katze darauf, dass ich wieder auswaschen kann. Und sie schnurrt. Ja. Voll toll, ja? Nein, weiß nicht, ob man das jetzt hört. Ähm, ja. Komm mal in die Kamera rein, komm mal in die Kamera rein. Mio, das gefällt dir, hm? Ja, das gefällt dir. Das gefällt dir. Mio, das gefällt dir. Ja. Hier, jetzt nicht vor meinem Arm. Ja. Ja. Ist nur, 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 ist nur. Wir sind jetzt gerade in meinem Bad, in dem großen Bad von unserem Haus. Ja. Die schnurrt immer. Naja, bis zum nächsten Mal. Da, ich mal. Ja, ja.